Work it harder, make you better, do it faster, makes us stronger All that never, ever after our work is never over Work it harder, make you better, do it faster, makes us stronger Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Let's Play von dem Wikipedia Spiel Together und ich hab die beiden ja schon die letzten Runden quasi abgezogen 3 zu 0 zu 0 steht's im Moment und heute geht es darum, dass wir den Begriff Zahnspange über die blauen Links des Filtheder Alles klar Mann, ey Das war zwei Nein Okay, ähm, jetzt starten wir Ja, Zahnspange zu, was war es nochmal? Füllfederhalter Füllfederhalter, das muss ich mir erstmal merken Okay, also, also ja, also von mir aus kann es losgehen, darf ich mal ein Sturzsignal geben? Natürlich Anscheinend gewinnt nur der, der das Sturzsignal gibt hier, ey Gibt's nicht, ey Okay Auf die Plätze Fertig L.O.S. Okay So, ähm, genau Wir suchen, ähm, Füllfederhalter und fangen bei Zahnspange an Ähm, ja Willkommen der Niedrig, glaub ich So, ähm, ich, ah, jetzt, jetzt, ich hab ne coole Idee Ich geh, ne, das ist doof Gibt's hier nicht Teenager, Schwule, keine Ahnung Eine britische Tageszeitung berichtet am 18. März 2004 Zahnspangen gelten bei Teenagern als cool und sexy Ich geh über sexy Scheiße Ähm Ja Ey, ich vergesse, wie hieß das Wort? Füllfederhalter Füllfederhalter Füllfederhalter, Alter, ich kann mir das irgendwie nie merken, ey Das geht einfach nie in meinen Schädel rein Ähm Füllfederhalter Hat das Leben Sinn? Was, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin bei Selbstbewusstsein Oh, das ist, das, ja Eigenwert Selbstbild, Selbstbild, das hört sich gut an Kommunikation könnte ich Also, wer, wer das Spiel jetzt noch nicht verstanden hat, oder Du erklärst es jetzt nicht nochmal Ey, ich will, dass meine YouTuber, dass die das auch sehen und ich denke, was ist das für ein Dreck Ja, und Die wissen das da, dass sie sich die hervorherigen Folgen angucken Eben, also, fertig Ja, es guckt ja eigentlich sowieso so gut wie keiner Meine Sprachwissenschaft Ich will, ich muss, ich muss hier irgendwie auf Schule kommen, ich will über Schule das finden Nick Die Untersuchung der Schriftsysteme Ach, Alter, über was gehst denn, du, Andorren? Ich bin gerade bei Kunst Schriftsystem Gegen einzelne Diskussionen seien Hochschulen Hochschulen? Was? Sprache Ich, Psychologie Mann, wie komme ich denn jetzt auf? Mann, Werkzeug, Leute Wehe Wehe, Alter Wehe Da ist der Filmfeder, Alter Wer im Weg gewettelt Das ist die Nummer 4 Fick dich Du verdammtes Kind, Alter Was soll man da noch sagen, ey Machst du nichts anderes in deinem Leben Du bist doch krank, ey Scheiße Den kannst du dir nicht geben, den Junge, ey Der sucht deinen ganzen Tag auf Wikipedia irgendwelche Pornos oder sowas, ey Das geht gar nicht, ey Das geht einfach nicht, ey Alter, wie bin ich da jetzt wieder drauf gekommen über Buchstaben Grafemig Das war der entscheidende Begriff Ich bin jetzt bei Was war das erste? Sag uns doch das allererste, über was du gegangen bist, na Ich bin jetzt gerade mal bei Material Ah, hier Oh, ich bin Ich hab gar nicht so viel gebraucht Zahnspange Auf Kiefer Anatomie Dann auf Schädel Kopf Mensch Sprache Linguistik Grafemig Buchstaben Geschriebene Sprache Schreibgerät Für jeder Alter Okay, ähm Der Heck Wir beenden jetzt nicht Noch ein Suchbegriff hier Nein, wir beenden das jetzt und machen dann nächste Alter Na Wie lang dauert der Mist jetzt? Gerade vier Minuten Das bringt es doch jetzt nie, jetzt aufzuhören Komm, neuer Suchbegriff Ach, ne, ja, ne, ja, ey, alter Federn Ich bin bei Element Federn Das ist schon mal gut Gut Technik Warte, ich will es noch finden, Alter Ich muss es finden Geschichte Schraubenfeder Luftfeder Federtypen Füllfederhalter Ja, hast du? Bin ich aber noch nie Warte Ich noch nie Weitere Federtypen Oh, oder ich gehe jetzt über den ärztlichen Weg Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll Okay, also es ist Schraubenfeder Gummifederfeder Konstante Federung Ach Gott, äh, nein Nein, nein, das reicht ja Mann Okay, ähm, können wir jetzt mal den Part beenden Denn das war es jetzt auch wieder Und ich Ja, diese Runde klar 4 zu 0 zu 0 Wir hören uns oder sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder bei dem nächsten Part Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, ein bisschen Spaß gemacht Hatet ihn, hatet ihn Oder irgend sowas Das disliket seine Videos Liked unsere Videos Macht irgendwas Beendet diesen Graskopf Nein Das immer weitermachen Bis du stirbst an 5.000 zu 0 zu 0 Ja Ey, zu 0 zu 0 zu 0 Oh, ey, fick dich Was habe ich jetzt damit zu tun? Ist ja aber egal, du gewinnst auch nicht Nein, Spaß, ich bin ja nicht arrogant Ich kriege bestimmt auch noch einen Punkt bald Also wenn ich 100 Punkte habe Dann könnt ihr auch einen haben Oh, halt, ich bin bei der Medizin im alten Ägypten Das könnte ich auch sagen Bei der Gasdruckfeder Ich bin jetzt, äh, ich sage jetzt meinen Zuschauern Tschüss Die gucken nämlich die ganze Zeit nur auf diesen blöden Wikipedia-Artikel Und ich sage bis nächste Woche Leute, ciao Abonnieren, kommentieren, bewerten und so weiter Wir hören uns, ciao Jo, also Die können ja noch was lernen hier bei dir Gummifedern Sportbögen Kupplung Federung Hier, ähm, du bist doch irgendwie über Medizin-Richtung gegangen, oder? Bin ich nicht Aber könnt ihr jetzt mal den Pacht hier beenden oder wenigstens meinen, äh, Typen Tschüss sagen Ich denke, das hat, so, naja, gut Ach, du hast jetzt Schluss gemacht Ja, nee, noch nicht Ihr wollt dann noch Tschüss sagen Achso, naja, dann macht's gut, Leute Haut rein Und viel Spaß noch auf dem seinen Channel, Alter Und lasst es krachen Auf Wiedersehen, Abonnenten von Graskopf Abonniert uns doch einfach mal Ja, eher Dann zeigt sich, dass ihr die wahren Graskopf-Fans seid Wenn wir auf einmal 600 noch was Abonnenten haben, ja? Jo, also deswegen immer uns schön abonnieren Abonnieren! So, man, ey, Zugfeder So, und auf Wiedersehen, wende den Part jetzt Ja, die sind nämlich echt gute Kumpels Und, äh, Together ist auch immer mit auf deren Channel Also, wenn ihr mögt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen Und Ja, der Maxl weint, weint Ja, weil ich's nie finde Ach, man, eine Schwitzstechnung, oh, scheiße Ne, jetzt reicht's mir Jetzt, 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 jetzt Du brauchst das Ach, ich hab okay Bock mehr, Alter Ich sag jetzt einfach meinen Leuten hier Tschüss Also, macht's gut, Leute Ja, ich will das ja nie weiter rauszögen Und wie ihr mir zuguckt, wie ich nichts fände Nichts Nichts Okay, von daher, also macht's gut Lasst es krachen Und ja, guckt euch meine anderen Videos an und so weiter Hatet Graskopf Und ja Das war's Dann ciao Haha